Au! Moin moin die geilen Schnittchen, herz Willkommen zu neuen Folge Let's Play Minecraft. Du neun Folge, zu neun Folge. Ich werd hier gerade hart beschossen. Alter, ich war hier gerade noch am Synchronisieren. Alter, ich sterb hier direkt! Ich sterb hier direkt! Nein! Das ist ja lustig. Fuck! Nein, ich war verfolgt! Ich war... Ich bin sofort tot! Ich bin sofort fucking tot! LOL! Alter, Peter! Bram ist jetzt mal gestorben! Ja, mach gleich wieder da! Ja, wir haben doch... Ja, hab ich auch wieder dabei! Vielleicht macht der Bram das immer so am Anfang... ... jeder Aufnahme-Session. Erstmal in die Luft sprengen, dann wieder ein stressiger Start! Was ich halt echt nicht verstehe, ist... ...dass ich da jetzt mal dran sterbe, an einem Creeper. Weil ich hab halt eine volle Rüstung. Weil wir auch schwer spielen! Die machen sauviel Schaden, die Ficker! Also ich... Ich spiel ohne Rüstung gegen... Alles! Boah, du bist so mutig, Sepp! Du leckst mich am Arsch! Wir haben leichtes Problem, hier ist alles voller Eier. Wo? Eier?! Eier?! Weiß ich... Achso, weil die... Ja, weil die in dem Ofen... ... in dem Ofen dann wahrscheinlich durchlaufen. Eier, stimmt. Eigentlich voll... Eier, Mama! Ey, ist da unten Lava eigentlich in unserem Lager, wisst ihr das? Ja. Irgendwo? Feuer in unserem Lager? Ja, Peter ist... Hab ich schon mal gesehen. Die Eier-Maschine... Dich hat keiner gefragt. So. Alter Vater, ey. Wir brauchen echt mal was Vernünftiges zu fressen. Diese Melonen, ey, die... Das Wasser, das pisse ich die ganze Zeit nur aus. Da unten ist doch aber so ein dickes Feld, oder? Erreicht mich da. Ja, Brote sind auch richtig scheiße. Also wir haben ja ne Chicken Farm. Ja, wenn du Brote genug hast, reicht das doch, oder nicht? Du musst halt sehr häufig essen. Also wir haben ja ne Chicken Farm. Wolltest du halt nicht nochmal sagen, Sepp? Wir haben ja ne Chicken Farm. Na, guckst du an. Voll cool. Was hattet ihr? Ja, Hadi, da ist ein... Habt ihr schon ne Chicken Farm eigentlich? Ja, wir haben ne Chicken Farm, Bram. Hadi? Was denn? Ähm, dein Jetpack leert nicht auf. Ja, ich bin grad noch die... Das ist übrigens hier die Konstruktion. Die habt ihr ja letztes Mal noch nicht gesehen. Hier, Brams spe... Aua. Ach, uh, uh. Brams spezial, ja. Das ist, das ist, so... So werden Tierstelle heutzutage gebaut. Ja, das ist... Wir haben uns auch geeinigt, dass Creeper-Expositionen Terrav-Bombing sind. Ja, also muss ich das anpassen. Ja, haha. Ich brauch nur den im Glas. Sehr schick, auch dabei die Soul-Sand und die Netherfestungsreste. Was? Was? Ist das richtig, das bei unten noch keine Truhe haben für Materialien, damit man das abbauen kann? In der Tat. So, jetzt muss ich erstmal hier gucken, wie ging das denn? Da wäre ich aber beinahe drauf gegangen. Da ist ein Skelett. Nein, Sepp, nicht sterben. Ich werde mich um dieses Scheusal kümmern. Stirb, du Lumpen. Haben wir Glas? Wir haben Glas, Hammer, nice. Alter, wie viel Holz ich jetzt hier hab? Wo kommst denn du her? Wo kommst denn du her? Wo kommst denn du her? Ja. Perfekt. Zack, zack. Wir haben's doch. Freunde. So. Was haben wir noch vergessen? Ah, wir könnten eigentlich noch mal hier. Wir haben noch eine Potato, die könnten wir eigentlich direkt mal anpflanzen hier, damit wir mal was Vernünftiges zu fressen haben. Eine Potato. Sind die gut? Sind die gut? Die gebratenen Potatoes? Ja. Also ich hab damals relativ lange damals gespielt. Jetzt brauchen wir noch Dirt. Die Potatoes sind echt gut. Das Problem bei den Potatoes ist halt, dass du da jedes Mal irgendeine Scheiße für brauchst, um die zu braten. Ja, wir haben noch Elektronik. Wir haben noch die Sonnenenergie. Ja, wir haben noch Elektronik. Ja, davon können wir echt noch ein bisschen mehr vertragen von der Sonnenenergie. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Zack. Hey. Ich hab's da drauf. Hey. Sorry. Ja. Ich wollte mich kurz in Sicherheit bringen. So, dann nimm mal einen Baum. Ne, ich versteck mich jetzt hier kurz. Ja, weiterbauen an der Stadt wäre auch mal irgendwann von Vorteil. Cool, das ist schon mal gut. Cool, das ist schon mal gut. Ich mach gerade die, die, den Rubber. Mein Schiff. Mein Blas hab ich auch. Das ist ja cool, mit diesen Mini-Fenstern. Ja, ne? Find ich auch. Das ist hypnotisch. Pfff. Jetzt schon immerhin 10 geschissen, oder? Wuhu! Mich hat übrigens letztens, äh, apropos geschissen, ja, ähm. Oh, Gott. Das ist jetzt wieder eine sehr spannende Geschichte. Jetzt geht es wieder raus. Ich weiß nicht, ob ihr da meinen Post damals von Facebook gelesen habt, als ich noch in der Gynäkologie war und oben im Stall so ein Schwalben-Nest gefunden hab. Ja. Wo... Ich hab zumindest das Foto gesehen, wo du gesagt hast... Ja, genau, wo die Schwalben gebrütet haben. Und, äh, stand da letztens nochmal an dem Stall und dann fliegen die Viecher gerade aus dem Stall raus und scheißen los. Ja, und die treffen halt genau meinen Schuh. Pfff. Das war... Echt. Hab ich dumm geguckt. Ja, hab ich dumm geguckt. Muss sagen, der Bug hier, äh... Ja, mein Schuh. Das reicht mir auch schon. Ah, der Schuh ist ja... Das ist ja schon frech genug. Der Schuh ist schmuh. Äh, kannst du mal ganz kurz, äh, irgendwie eine Reihe abbauen, dann bitte ich da dort rein. Das kann ich sehe grad, da ich keine Spitzhacke mehr hab. Man ist im Arsch. Ich wollte sowieso machen. So, Refund Iron brauchen wir, was hab ich jetzt gesagt? Wollte ich sowieso machen. Das müsste auf jeden Fall noch nass genug sein. Bumm. Echt? Ja, neun Felder. Was ist das nicht... Neun? Ich dachte vier. Hadi, hast du noch Lava gehabt? Sicher? Nicht, dass die gleich weg ist, dem Rohr. Freunde! Ich meine, sie sind noch Lava, Hadi. Was? Ja, da, bei der, bei der Quarry, da. Da sind noch zig Lava-Eimer. Ja, ich bräuchte jetzt hier eine. Ich hab keine Ahnung. Ja, musst du dir das holen. Ob dem so ist. Wär jetzt echt ärgerlich. Ich hab blöderweise keinen Eimer dabei. Scheiße. War schon wieder ein Enderman? Rücke, Pila, Kulada. Ackerbau. Das sieht so schick hier aus, ey. Jeder Wasserblock befestet ein neunmal neugroßes Quadrat. Oh, okay. Ah ne, ist da. Ist nass. Ja, ich hab auch da unten gerade mal sicherheitshalber abgebaut. Da war ich mir nämlich nicht sicher. Haben wir nur eins? Ja, aktuell schon. Okay. Das ist gut zu wissen. Dann müssen wir das Ding leben lassen. Hä? Bist du doof? Ah ja. Ah ja. Ah ja. Jetzt sind wir die Dropbox hier wieder runtergeladen. Mensch, schlimm, ey. Okay. Okay. Alles Vorbereitung. Für den großen Schlag. Haben wir das Kupfer, Christian? Äh, ja. Scheiße, ich hab ne Hacke vergessen. Nein. Haben wir davon auch genug? Hm. Weißt du Kupferbarren? Hm. Wir müssen ja nachher die isolierten Kabel draus machen, ne? Ja. Also 16 Kabel glaub ich noch. Ach man. Warte mal 6, 12 brauchst du pro. Wann machst du denn gerade schönes Bram? 24 oder 12. Ich hole mir gerade alles mögliche, weil ich brauche erstmal wegpacken. Also du meinst, dass ich dabei hatte. Du brauchst hier 6. Ja. 12. Und dann wird mal 8. Was ist denn das hier? Keine Hacke mehr? Ja. Ja. Dann brauchen wir noch. Oh yeah. 96. Ach man, da ist... Lol. Ich hatte im Ernst eine dabei. Ich bin nicht behindert. 80 Stück brauchen wir noch. Bei 16 noch nicht. Ja 80. Warum kommen wir eigentlich immer wieder Kühl rausgelaufen? 80 Kupfer brauchen wir noch. What the fuck? Copper cables. Big D. Jeder hat Freude an Ohrwürmern. Ehm. Ey. 80 Kupfer cables brauchen durch 6. Hab das schon. Das neue Lied von Florida gelesen. Äh. Gelesen. Das hab ich schon gehört. Von Florida. Florida. Heißt der doch. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Ähm. Featuring. 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 Jetzt muss ich reden. Kannte ich nicht. Jetzt muss ich erstmal wissen, wie das Scheißding hieß. Wie hieß das denn nochmal? Scheiße. Große. Hier ist von Florida. Scheiße. Wahrscheinlich Musik oder sowas. Nee nee nee. Vor Colada. Ja mit Sicherheit. Warte. Sarma. Das ist der Hit des Sommers, Peter. Auch wenn er ...